So Leute, wir spielen wieder mal DMZ Auf gehts Auf gehts Okay. Nuh, na, es ist auch ein level. Ah, Pappermiss. Schützt, schützt. Schützt, schützt, hier. Ja. I got the gun right away. Das ist der Glendix mit der Sonne. Klinz Ultra 1, diese Informationen weisen auf Alcatala Vorratslager im Gebiet hin. Wir müssen sie zerstören. Markiere Positionen auf der Taktikkarte. Klinz, normal. Klinz, normal. Vielleicht wird es aber auch nicht irgendwie ungewichtig. Platziert eine Ladung an den Vorräten und zerstört sie. Ladung platziert. Perimeter sichern oder weiter zum nächsten Ziel. Ich habe den Platz oder in derулiste von Teufel. Die Bibel sind verändert. Klinz, Dirk, schau. Klinz, Dirk, schau, schau. Schau, Schau. Ja, das ist die Unterricht, hier. Ich habe die Verweig, dass ich dir das zum Jupiter ver bıçuk. Also, ich habe das. Der Kinder, da sind die Erweig, der erste Spendstecher sollte. Schau, Schau, Schau. Was ist das? 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 Ultraschallung ist platziert. Ziel 2 ist heiß. Perimeter bis zur Detonation sicher. Ich bin getroffen. Was ist das? Was ist das? Blech? 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 Na rechne. Ich bin mal die Verpinnung im Zellon. Verpinnung im Zellon. Verpinnung im Zellon. Verpinnung im Zellon. Waffe bereit. Ultraschallung, die sind zerstört. Auftrags-Ultra 1, wir haben feindliche Saves in der Nähe entdeckt. Markiere sie auf der Taktik-Karte. Verpinnung im Zellon. mir geht gar nicht gut bei deiner position bleib wachsam schmuggel war weg auf Hä? Mann, das ist normal. Ultra-1, Drohne benötigt Treibstoff und kehrt zur Basis zurück. Was ist das denn? Schau mal, mittleren Rucksack. Schmuggelware werden wir auch lachen. Lachen mal. Einen Lachen Okay, jetzt haben sie plötzlich anbezogen oder die Geld aus dem Neugier geändert haben. Jetzt aufsteckst du noch. der angriff der personell Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ultra-1, gepanzerte feindliche Verstärkung nähert sich Schnell ist wieder aufzettet Die sind warm und schluss 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 Versteck ist auf, alle mögliche Vorwärte sichern Die Fadenzerrung abgelegt! 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 Alle Ultras! Die Ladung ist heiß! Bereich sichern und Detonation bestätigen! Die Fadenzerrung abgelegt! 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 ist ja ultra 1 Achtung der wind nimmt zu evakuierungspunkt aufsuchen einem der 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 Oh, das ist ein Lauf, so ist es. Das war's. Ultra 1 Dino 4 unterwegs zur Extraktion. Noch 2 Kilometer! Ja, und jetzt ist das ein bisschen Schleswig-Holstein da draußen. Auf, erst. Auf, um Scherben, getragen, er skimmelt. Und was können wir es, Alter? Ultra 1 Dino 4, wir nähern uns der Landezone. Feindliche Drohne über uns. Du schaffst das! Ich bin getroffen! wo he is a side Okay. Die Strahlung verbreitet sich im Gebiet. Such einen Evakuierungspunkt auf. Wehe unter direktem Beschubst! Hier Dino 4, wir lehren uns der Landeszone. Halte sie für uns sicher. Schleifung ist ein richtig. Dino 4 beim Evakuierungsruf. Achtung! Wir können hier nicht lange bleiben. Dino 4 ein Kommando. Zielobjekte und Personal gesichert. Geh' uns zur Basis zurück. Und da habe ich alles gesteckt. Okay. Da haben wir so Teile weggekommen. Ja, aber das ist nicht Rede wert. Wir müssen rauskommen. Ich habe es geschossen. Ja, aber das ist schon sehr schwierig. Das macht mir auch die Gute Runde. Geht's auch nicht besser, aber hey, ich will da ein bisschen Ausrüstung. Geht's auch nicht besser, ich will da ein bisschen weitergehen, aber ich will da ein bisschen weitergehen. Es ist ein Mensch für das Geigt. Es ist ein Mensch für das Geigt. Es ist ein Mensch für das Geigt. Irgendwas, irgendein... Okay. Ich weiß nicht, was ich da nicht sagen kann. Nicht eigentlich. Es ist ein Mensch für das Geigt. Ja, es ist ein Mensch für das Geigt. Ja, es ist ein Mensch.